Rentenerhöhung 2023. Der Nachhaltigkeitsfaktor senkt die Rentenerhöhung. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Frau Gundula Rosbach, Rentenchefin der Deutschen Rentenversicherung, posaunte es heraus, die Renten sind sicher. Die Renten werden auch in Zukunft steigen. Die Lage in der gesetzlichen Rente ist gut. Gut, also rosige Zeiten für alle gesetzlichen Rentenversicherten und Rentenempfänger, möchte man meinen. Mit der Ankündigung der neuen Rentenanpassung, der neuen Rentenwertanpassung zum 1.7.2023, fällt mir da eine Zahl auf, die da zu den Frohlockungen der Frau Gundula Rosbach nicht ganz passen. Frau Rosbach hat ja im Übrigen auch gesagt, dass wir mehr Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt reinbekommen und deshalb auch die Beitragszahlungen und die Beitragsleistungen in der gesetzlichen Rente gestiegen sind und auch stabil bleiben. Irgendwie kann das auch nicht ganz stimmen. Warum? Der Nachhaltigkeitsfaktor wurde für die Ermittlung der neuen Rentenwerte ab dem 1.7.2023 mit minus 0,1 festgelegt. Das ist erstaunlich. Konterkariert aus meiner Sicht die Aussage der Frau Rosbach. Durch den Nachhaltigkeitsfaktor, das ist praktisch ein Faktor, der für die Rentenwertanpassung in der Rentenwertformel wichtig ist, werden die Veränderungen im zahlenmäßigen Verhältnis von Rentenbeziehern zu Beitragszahlern berücksichtigt. Steigt die Zahl der Rentner schneller als die Zahl der Beitragszahler, wirkt sich dies bei der Rentenanpassung dämpfend aus. Im umgekehrten Fall wirkt der Nachhaltigkeitsfaktor steigernd bei einer Rentenanpassung, wenn die Zahl der Beitragszahler höher ist als die Zahl der Rentenbezieher. Im Jahr 2023, zum 1.7.2023, senkt also der Nachhaltigkeitsfaktor die Rentenanpassung 0,1 Prozentpunkte. Das heißt also in Wirklichkeit, dass wir weniger Beitragszahler haben und dafür mehr Rentenempfänger. Also kann das ja wohl nicht stimmen, was Frau Rosbach hier verkündet hat. Zumindest so meine Auffassung. Bitte verwechseln Sie den Nachhaltigkeitsfaktor nicht mit dem sogenannten Nachholfaktor, der Teil der Schutzklausel oder sogenannten Rentengarantieklausel ist. Wenn der Nachhaltigkeitsfaktor negativ ist, kann es doch wohl nur so sein, dass die Zahl der Rentenempfänger im Jahr 2022 schneller gestiegen ist als die Zahl der Beitragszahler. Hat im Übrigen nichts damit zu tun, ob wir mehr Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt haben. Das ist eine völlig andere Frage. Ich gehe davon aus, dass die Zahl der Beitragszahler hier zurückgegangen sein muss, weil ansonsten hätte nämlich Hubertus Heil den Dämpfungsfaktor nicht mit minus 0,1 festgelegt. Ja, Frau Rosbach, was stimmt denn nun? Oder kommt die Demografie jetzt auch schon bei der gesetzlichen Rente an? So rosig, wie die Rentenchefin es uns sagen will, scheint es ja nun doch nicht, um die Rente bestellt zu sein. Wenn der Nachhaltigkeitsfaktor so ist, wie in der Rentenanpassung 2023, kann dies ja letzten Endes nur bedeuten, dass wir im Äquivalent immer mehr Rentner haben als Beitragszahler. Oder ist das vielleicht nur eine Momentaufnahme aus dem Jahr 2023, 2022? Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen eine reine, die Rente für die Rente für die Rente für die Rente.